Grüß Gott und herzlich willkommen zu dem Hörbuch «Mein Herz wird triumphieren» von Mirjana Soldo. Sie darf seit über 40 Jahren in Medjugorje in Visionen, die Gottesmutter Maria sehen und mit ihr sprechen. Und sie erzählt in ihrem Buch über ihr bewegendes Leben. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Hören. Kapitel 9 Ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Evangelium nach Matthäus 10, 22 Die Neuigkeit der Erscheinungen war durch die Medien bald in ganz Jugoslawien verbreitet worden. Im Fernsehen, im Radio und in den Zeitungen wurde über die Ereignisse berichtet, wobei die Beiträge vor allem eines gemeinsam hatten, Skepsis, wenn nicht sogar Verachtung. Die Journalisten verspotteten uns und bezeichneten die unzähligen Pilger, die nach Medjugorje strömten, als religiöse Fanatiker. In den Nachrichten wurden wir zusammen mit den örtlichen Priestern als kroatische Nationalisten bezeichnet, als Initiatoren einer Gegenrevolution und die Erscheinungen wurden als erfundenes Mittel zum Zweck abgestempelt. Das Staatsfernsehen bezeichnete uns als bittere Staatsfeinde und die Schlagzeilen der meisten Zeitungen erinnerten an die Titelseiten von Boulevardblättern. Religiöser Schwindel lockt tausende Fanatiker, Ordensbrüder einer nationalistischen Verschwörung verdächtigt. Sechs Bauerntölpel erfinden Marienerscheinungen. Die Behörden veranlassen in der örtlichen Schule eine Art Konferenz, zu der unsere Eltern und Verwandten vorgeladen wurden. Sie drohten uns nicht nur mit dem sofortigen Schulverweis, sondern auch mit der psychiatrischen Klinik, wenn wir mit dem Unfug nicht unverzöglich aufhörten. Zudem versicherte man unseren Eltern, sie seien drauf und dran, sowohl ihre Jobs als auch ihre Pässe zu verlieren. Schliesslich wurde auch ein Mann inhaftiert, Vicas Nachbar Ivan, der sich während der Versammlung erhoben hatte, um uns zu verteidigen. Sein Mut kostete ihn zwei Monate Gefängnis. Patrioso litt sehr unter den eskalierenden Spannungen. Die Kommunisten drohten auch ihm mit Gefangenschaft, wenn er nicht augenblicklich dafür sorgte, dass die Demonstrationen in seiner Pfarrei aufhörten. Zudem konnte er sich noch immer nicht entscheiden, ob er an unsere Begegnungen mit der Mutter Gottes glauben solle oder nicht. Die Tatsache, dass uns seine beiden Hilfspriester vertrauten, half ihm dabei auch nicht weiter. Am meisten machte ihm aber die Reaktion des Bischofs von Mostar, Pavao Zanitsch, zu schaffen. Nachdem dieser von unseren Behauptungen gehört hatte, berief er ein Treffen mit uns sechs ein, löcherte uns über eine Stunde lang mit Fragen und nahm unsere Antworten auf Tonband auf. Danach forderte er uns auf, unsere Hände auf ein Kruzifix zu legen und zu schwören, dass wir die Wahrheit sagten. Wir taten es unverzüglich. Nach diesem Treffen bekannte der Bischof Patrioso seine Überzeugung, dass die Erscheinungen wahr seien. Obwohl Patrioso die Exzellenz zur Vorsicht mahnte, erschien kurze Zeit später ein Zeitungsartikel mit folgendem Zitat von Bischof Zanitsch. Es steht absolut fest, dass die Kinder von niemandem und ganz sicher nicht von der Kirche zur Lüge angestiftet wurden. Eines Tages, als die Sorgen Patrioso zu erdrücken schienen, sehnte er sich allein nach der Gemeinschaft mit Gott. Er sperrte die Türen der Jakobuskirche ab und setzte sich in eine der Kirchenbänke. Dann betete er innig, dass Gott ihm den richtigen Weg durch diese Zeit weisen möge, der schwierigsten seiner bisherigen priesterlichen Karriere. Er öffnete seine Bibel und stiess auf die Stelle, an der Gott durch Moses Wunder wirkt, unter anderem auch jenes der Spaltung des Roten Meeres. Am selben Tag traf ich mich mit einigen der anderen Seher in der Nähe des Erscheinungsberges zum Gebet. Die Regierung hatte kürzlich Polizisten auf dem Hügel stationiert, die dafür sorgten, dass sich die Menschen von diesem Ort fernhielten. Als die Beamten uns sahen, stürmten sie mit fest und klammerten, hoch erhobenen Schlagstöcken auf uns zu. Wir flohen durch die Felder. In der Kirche betete Patrioso, Mein Herr, du weisst, wie sehr ich dich liebe. Du hast zu Moses geredet, wodurch ihm so vieles erleichtert wurde. Seine Leute wussten, dass du es bist, der sie führt. Aber hier weiss das keiner. In diesem Augenblick hörte der Priester eine Stimme in seinem Herzen, die sagte, Geh hinaus und beschütze die Kinder. Verwundert sprang er auf die Beine und eilte zum Eingangstor der Kirche. Als er es öffnete, fand er einige von uns wartend davor. Die Polizei, keuchte Vika und hielt völlig außer Atem einen kurzen Moment inne. Sie sind hinter uns her, sie verfolgen uns. Patrioso breitete seine Arme aus. Meine lieben Engel, sagte er liebevoll, Kommt herein. Sein Verhalten uns gegenüber hatte sich so drastisch verändert, dass es mir im ersten Moment beinahe sarkastisch erschien. Aber dieser Gedanke verflog schnell wieder, als er uns in die Kirche führte. Seine plötzliche Zärtlichkeit war echt. An jenem Abend besuchte uns die Mutter Gottes in einem kleinen Seitenraum der Kirche neben dem Altar, genau gegenüber der Sakristei. Auch in den darauffolgenden Tagen erschien sie uns dort und Patrioso zweifelte nie wieder an uns. Die Unterstützung des Pfarrers war zwar tröstlich, aber der Gedanke an die bald bevorstehende letzte Begegnung mit der Mutter Gottes war beinahe unerträglich. Wie sollten wir nur ohne sie weitermachen? An besagtem Tag waren wir von Emotionen überwältigt. Die Menge, die geschätzt aus 10.000 Menschen bestand, war die grösste, die wir je gesehen hatten. Es schien, als rechneten viele mit einem Wunder, das mit der letzten Erscheinung einhergehen würde. Als unsere liebe Frau jedoch kam, verkündete sie der Welt keine besondere Botschaft und es geschah auch sonst nichts Aussergewöhnliches. Noch einmal fragten wir sie, ob sie uns ein Zeichen hinterlassen würde, aber sie lächelte nur. Nachdem sie wieder verschwunden war, richteten wir einige Worte an die Menschen. Viele von ihnen machten enttäuschte Gesichter, weil sie mit einem majestätischen, prachtvollen Ende dieser Ereignisse gerechnet hatten. Vor allem aber war ich verwirrt, denn ich verstand nicht, warum es sich so anfühlte, als wären die Erscheinungen noch nicht zu Ende. Am darauffolgenden Tag versuchte jeder von uns Sehern, so gut es ging, zu unserer gewohnten Tagesroutine zurückzukehren. Ich befand mich gerade im Haus meines Onkels, als ich diese vertraute Aufregung, diese besondere Art von Vorahnung in mir spürte. Sie wurde so stark, dass ich mir sicher war, die Mutter Gottes müsse auf der Stelle erscheinen oder ich würde explodieren. Und sie kam, so plötzlich wie ein Windstoss. Überwältigt fiel ich auf die Knie und blickte sie an und wollte nie wieder etwas anderes tun. Nachdem sie wieder verschwunden war, war ich dermassen berührt, dass ich weinte und weinte und weinte. Auch die anderen Seher hatten sie gesehen und es wurde uns klar, dass Medjugorje nicht genau dasselbe war wie Lourdes. Die Mutter Gottes erschien uns weiterhin an jedem Tag. Gleichzeitig erreichte die Verfolgung eine neue Stufe an Bedrohlichkeit, denn die jugoslawische Regierung verhängte den Notstand über Medjugorje. Der Einfluss, den die Erscheinungen auf die Menschen hatten, drang bis in die jugoslawische Hauptstadt Belgrad vor. Und die Kommunisten waren erbost über den Widerstand, den wir leisteten, und über unsere Beharrlichkeit. Sie fürchteten sich immer mehr davor, die Kontrolle zu verlieren, weshalb sie sich entschieden vornahmen, das Problem ein für allemal zu beheben. Innerhalb weniger Tage rückte das Militär im Dorf ein. Soldaten mit Sturmgewehren und zähnefletschenden deutschen Schäferhunden positionierten sich auf dem Bote-Bordeaux und vor unseren Häusern. Militärfahrzeuge patrouillierten durch die Strassen und Helikopter surrten über die Köpfe der betenden Pilger hinweg. Wir hatten eine gigantische Lawine ausgelöst. Die inzwischen von der Bundespolizei durchgeführten Verhöre wurden länger und brutaler. Als ich eines Tages an der Reihe war und es entschlossen, ablehnte die Erscheinungen zu verleugnen, reagierte ein Polizist besonders frustriert. Gib es zu, brüllte er. Ich gebe nur meinem Priester gegenüber Dinge zu, die ich getan habe, in der Beichte, erwiderte ich. Sein Gesicht nahm eine rötlich-violette Farbe an und die Venen an seinem Hals traten bedrohlich hervor. Gib zu, dass du die Mutter Gottes nicht siehst. Aber das tue ich. Ich sehe sie. Daraufhin zog er zornentbrannt seine Pistole vom Gürtel und legte sie auf den Tisch zwischen uns. Du solltest jetzt auf der Stelle reinen Tisch machen, knurrte er mit einem Blick auf die Waffe. Du hast nichts gesehen. Hilf mir, heilige Mutter, betete ich im Stillen. Trotz der tödlichen Waffe, die vor mir lag, fühlte ich mich merkwürdig ruhig. Da ich die Mutter Gottes gesehen und dadurch den Himmel erlebt hatte, fiel es mir schwer, mich vor irgendetwas wirklich zu fürchten. Die Zeit ist rum, knurrte der Polizist. Du sagst jetzt sofort die Wahrheit. Ich blickte ihm direkt in die Augen. Die Wahrheit ist, dass ich die Mutter Gottes sehe und ich bin bereit, für sie zu sterben. Er schlug mit der Faust auf den Tisch, steckte die Pistole wieder ein und stürmte aus dem Zimmer. Wären wir einige Jahre älter gewesen, hätte uns die Polizei sicherlich in die tiefste, dunkelste Gefängniszelle gesperrt oder hätte uns eines Tages verschwinden lassen, genauso wie meinen Grossvater. Aber so grausam die Regierungsbehörden auch waren, sie kannten den öffentlichen Widerstand, mit dem sie zu rechnen hätten, wenn sie Hand an Kinder legen würden. Obwohl uns unser Alter also in gewisser Weise als Schutz diente, sparten sie nicht mit Gelegenheiten, uns einzuschüchtern oder zu verängstigen. Abgesehen von diesen furchteinflößenden Momenten war diese Phase meines Lebens von vielen Aufregungen anderer Art geprägt. Jeder neue Morgen versprach ein Abenteuer oder eine Überraschung. Manchmal erlebten wir mehrere Erscheinungen an einem Abend. Um Begegnungen mit der Polizei zu vermeiden, die uns ständig nachstellte und versuchte, unsere Pläne durcheinander zu bringen, wechselten wir regelmässig unsere Treffpunkte. Ob im Wald hinter einem unserer Häuser, inmitten eines ungepflegten Feldes, im Schatten einer kleinen Baumgruppe, es fühlte sich einfach angemessen an, die Erscheinung in der Abgeschiedenheit der Natur zu erleben, in der frischen Luft und bei Sternenlicht, wo alles ruhig und ausgeglichen schien. Jahre später sagte die Mutter Gottes in einer ihrer Botschaften, heute lade ich euch ein, die Natur zu beobachten, denn dort könnt ihr Gott begegnen. Und in einer anderen meinte sie, Ich rufe euch dazu auf, Gott dem Schöpfer durch die Farben der Natur Ehre zu erweisen. Auch durch die kleinste aller Blumen spricht er zu dir über seine Schönheit und die Tiefe seiner Liebe. Während einer dieser außergewöhnlichen Erscheinungen im Grünen, es war der 2. August 1981, interagierte die Mutter Gottes mit den Dorfbewohnern auf eine wunderbare, vertraute Weise. Sie erschien uns zur gewohnten Uhrzeit und bat uns, am selben Abend noch ein zweites Mal auf sie zu warten. Meine Erinnerungen an diese und an andere weit zurückliegende Erscheinungen sind verschwommen. Aber Maria erinnert sich, dass die Mutter Gottes Folgendes sagte, Geht zur Wiese von Grumno, ein grosser Kampf bahnt sich an, ein Kampf zwischen meinem Sohn und Satan. Die Seelen der Menschen stehen auf dem Spiel. Später an jenem Abend machten wir uns zur Region auf, die Grumno heisst, in der Nähe des Hauses meines Onkels. In unserer Sprache bedeutet Gumno Dreshthenne. Das ist ein grosses, rundes Stück harter Boden, auf dem Bauern das Getreide von der Spreu trennten, indem sie Kühe oder Pferde in Kreisen darüber gingen lassen. In der Bibel benutzt Johannes der Täufer dasselbe Wort, wenn er die Mission Jesu bildhaft als eine Ernte der Seelen beschreibt. Schon hält er die Schaufel in der Hand. Er wird seine Tenne reinigen und den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Ungefähr 40 Einheimische begleiteten uns nach Gumno. Grillen zirrten um uns herum und Stechmücken schwirrten um unsere Köpfe, als wir inmitten roten Lehmes knieten. Wir beteten und warteten, bis die Mutter Gottes erschien. Einige der Menschen hatten uns zuvor gefragt, ob sie das Kleid der heiligen Jungfrau berühren dürften und als wir die Frage an sie weiterleiteten, bejahte sie. Wie Blinde nahmen wir die Menschen nacheinander bei der Hand und halfen ihnen, das Kleid zu berühren. Für uns Seher war es sehr merkwürdig und schwer nachvollziehbar, dass tatsächlich nur wir die Mutter Gottes sehen konnten. Die Reaktion der Menschen war entzückend, besonders jene der Kinder. Es schien, als fühlten die meisten von ihnen etwas in ihrem Inneren. Einige berichteten so etwas wie Elektrizität und andere waren von Emotionen überwältigt. Nachdem schon zahlreiche Menschen die Mutter Gottes berührt hatten, bemerkte ich auf einmal, dass sich viele schwarze Flecken auf ihrem Kleid bildeten und sich in einem einzigen grossen dunklen Fleck manifestierten. Mir kamen die Tränen, als ich es sah. Ihr Kleid, schrie Maria, die ebenfalls weinte. Diese Flecken, erklärte uns die Mutter Gottes, stellen Sünden dar, die nie gebeichtet wurden. Dann verschwand sie. Nachdem wir eine Weile gebetet hatten, erhoben wir uns in der Dunkelheit und beschrieben den Menschen um uns herum, was wir gesehen und gehört hatten. Alle Anwesenden waren tief betroffen und am darauffolgenden Tag wurden die Priester der Pfarrei von unzähligen reumütigen Dorfbewohnern aufgesucht, die bereitwillig zur Beichte gehen wollten. Auch mein Cousin Vlado, der damals noch ein kleiner Junge war, befand sich unter jenen, die das Kleid der Mutter Gottes berührt hatten. Nachdem ich ihm von den Flecken erzählt hatte, beteuerte er, aber ich habe meine Hände vorher gewaschen, Mirjana. Sie waren sauber, ganz sicher. Jedes Mal, wenn ich ihm danach begegnete, fragte ich ihn lächelnd, Hast du deine Hände schon gewaschen, Vlado? Während dieser täglichen Begegnungen betonte die Mutter Gottes die Wichtigkeit des Gebetes, des Fastens, der Beichte, der Bibellektüre und des Gottesdienstes. Später wurden diese Punkte als die Hauptbotschaften der Mutter Gottes benannt. Patrioso bezeichnete sie als ihre fünf Steine, eine Anspielung auf die Geschichte von David und Goliath. Sie hat uns nie darum gebeten, nur um des Selbstzweckes willen zu fasten und zu beten. Die Frucht unseres Lebens, erklärte sie, ist die Liebe zusammen mit dem Glauben. So sagte sie einmal in einer ihrer Botschaften, Die immerwährende unbegreifliche Schönheit der Mutter Gottes hat uns von Anfang an in ihren Bann gezogen. Eines Tages stellten wir ihr die kindliche Frage, Wie ist es möglich, dass du so wunderschön bist? Die Mutter Gottes lächelte liebevoll. Ich bin schön, weil ich liebe, antwortete sie. Wenn ihr schön sein wollt, dann liebt einander. Nach der Erscheinung blickte uns der erstzehnjährige Jakob an und sagte entschlossen, Ich glaube nicht, dass sie die Wahrheit gesagt hat. Empört, wie sich ihn zurecht, wie kannst du behaupten, dass die Mutter Gottes nicht die Wahrheit sagt? Naja, schau dir einige von uns an, erwiderte er. Wir können lieben so sehr und so lange wir wollen, aber wir werden trotzdem niemals so schön sein wie sie. Wir lachten. Jakob hatte nicht begriffen, von welcher Art von Schönheit die Mutter Gottes gesprochen hatte. Die ihrige ist immerwährend und entspringt ihrem Herzen. Und genau diese Art von Schönheit wünscht sie sich für jeden von uns. Wenn man im Inneren rein und voller Liebe ist, dann ist man automatisch auch äußerlich schön. Trotz dieser heiteren Momente wurden der Ernst und die tiefe Bedeutung der Erscheinungen für uns immer transparenter. Durch unsere täglichen Begegnungen mit der seligen Jungfrau verstanden wir, dass ihre Pläne mit Medjugorje nicht nur das Dorf und auch nicht nur Jugoslawien betrafen. Die Erscheinungen verändern die ganze Welt. Sie eröffnete uns, dass Gottes Plan anhand einer Reihe von zukünftigen Ereignissen realisiert werden würde. Und sie begann auch, uns diese Ereignisse anzuvertrauen. Wir wurden angewiesen, diese Geheimnisse bis kurz vor deren Eintreffen vor der Welt geheim zu halten. Das BLESS Missionswerk ist zu 100% spendenfinanziert. Ihre Spende macht unsere Arbeit im Dienst der Neufengalisation möglich. Ein herzliches Vergelt's Gott. Informationen zu den Spendemöglichkeiten finden Sie unter www.blessmissionswerk.ch. Gerne gebe ich Ihnen noch den priesterlichen Segen. Der Herr sei mit Euch und mit Deinem Geiste. Und so segne, führe und leite sie auf die Fürbitte der Mutter Gottes, das Heilige Josef, alle Engel und Heiligen, Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.